Die Schweine sind da. Seht ihr sie? Wahnsinn! Meine Hunde haben sie natürlich wieder aufgeschreckt. Ich gehe jetzt mal näher. Ich hoffe, der greift mich nicht an. Hat der Hörner? Hoffentlich nicht. Ich glaube, sie können sehr gefährlich sein. Also sie essen gerade Nachtessen. Seht ihr mal Schweine. Ich eigentlich auch so nah habe ich die noch nie gesehen. Freie. Jetzt bin ich etwa 10 Meter, nicht ganz entfernt. Gewisses Risiko. Also sie haben keine Angst vor mir bis jetzt. Jetzt bin ich 8 Meter entfernt. Das sind zwei Junge und die Mutter. Also jetzt vier Junge und die Mutter. Und sie sind jetzt nahe gekommen. Ich bin noch 5 Meter weg. Und sie haben jetzt keine Angst mehr. Das ist ja Wahnsinn. Die fressen da schön. Keine Ahnung, was es da zu fressen gibt. Also hinter mir sind noch mehr Schweine. Die gehen jetzt auf den Platz, wo alle Wohnmobile sind. Spazierend. Ich dachte es sei ein Strassenhund, aber es sind Schweine unglaublich. Die haben keine Angst. Noch ein Junge. Aha, das muss ein Fremder sein. Weil der wird verscheucht. Von der Mutter. Ja, das ist der Wahnsinn. Schweine im Weltall. Nein. Hier in Spanien. 5 Meter vor mir. Eieieiei. Das ist ja mal geil. So. Vielleicht mache ich da ein extra Video. Weil das ist doch etwas lang. Muss zwar noch schneiden. Aber geil ist das. Da hat der eine den anderen weggescheucht. So, ich ziehe mich mal zurück. Langsam. Oh, das war jetzt ein Erlebnis. Wofür hinter mir ist keines? So. Jetzt sind sie sogar da. Sogar da bei dem Camper. Sie können echt nichts sehen. Jetzt gehen sie Katzenfutter essen. Überall Futter am suchen. Das ist ja der Hammer. Sie sehen aus wie Hunde, aber es sind Wildschweine. Oh, genau. Oh, genau. Der ist groß. Die Schweine. Oh, die Schweine. Oh, nein, vor allem. Oh, der ist groß. Oh, die Schweine. Oh, die Schweine. Oh, die Schweine. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020